Beide Mannschaften, Amin dann mit einem Freistoß und der wird länger und länger und dann ist er drin. Hassan Amin, ausgerechnet. Hassan Amin, der einstige Waldhöfer, trifft hier für die Emsländer zum 1 zu 0. Waldet Rama, der konnte einfach mal schalten und walten, wie er wollte. Hier, überhaupt nicht vom Ball zu lösen. Immer noch Rama und immer noch Rama. Und dann findet er Lars Bünning und dann ist er drin. 2 zu 0.